Ja, hallo Freunde, es ist schon wieder Donnerstag, bei mir immer noch aus Deutschland, aber trotzdem Kasseltrader-Zeit. Ja, während ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich schon in Zypern sitzen, wenn mein Zug, äh, mein Zug, es ist schon so weit bei mir, wenn mein Flugzeug hier nicht irgendwie drei Tage Verspätung hatte. Ja, ihr seht schon, es liegt und die Qualität ist nicht mehr ganz so toll, wir haben hier spätabend schon und ich wollte auf jeden Fall noch ein Video machen, dass ihr nicht allzu lange warten müsst auf ein Neues. Ich baue direkt danach meine Anlage ab und, ähm, ja, ich haue das jetzt hier noch durch. Es geht heute nochmal um das Thema Skew, der zweite Teil, wo das Video, ich glaube, Nummer 59, das ist jetzt schon ein paar Wochen alles her, ich weiß es gar nicht genau, müsst ihr mal schauen, das Volatilitätsvideo, wo ich euch erklärt habe, ja, Skew, wie funktioniert das, was macht der und wieso, in der Zeit macht er das. Heute geht es mal um das Thema Spreadbreite. Wie setzen wir denn die Spreads auf, bei hoher Wohler, bei enger Wohler, äh, bei hoher Wohler, bei hoher und bei tiefer Wohler? Ja, darum geht es jetzt nochmal eine Viertelstunde, knackig schnell durchgezogen mit ein paar Versprechern, habe ich schon gemerkt, weil ich bin mit mir so ganz fit und, ähm, es ist ein bisschen anstrengend gewesen in letzter Zeit. Nichtsdestotrotz, ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären, wie ihr das gewohnt seid und ich denke auch, am Ende ist die Message rübergekommen. Wir legen kurz den Disclaimer rein, dann legen wir auch sofort los und ich sage mal bis gleich. So Freunde, auf zum allerletzten Video von meiner Seite aus Deutschland. Wenn ihr das hier guckt, bin ich schon lange in Zyprin und sonne mich in 20 Grad. Nein, weiß ich selber noch nicht, wie das Wetter wird, aber ich bin jetzt noch in Deutschland und ihr seht das Video und da dürften wir schon, glaube ich, weiß ich gar nicht, Januar haben, jetzt Anfang Januar. So, Teil 2 unseres Q-Videos, es gab schon mal einen Teil 1, wie gesagt, der ist schon ein paar Wochen her, aber ich habe ja versprochen, ich mache einen zweiten Teil, jetzt kommt er. So, heute geht es wieder um Spreads, niedrige Wohler versus hohe Wohler. So, wie setzen wir jetzt die Spreads richtig aus? Wir geben jetzt auch gleich zügig Gas, dass wir vorwärts kommen. Wiederholung in einem Satz nochmal, der SQ stellt das Absicherungsverhalten der Marktteilnehmer dar. Zuerst wird weit OTM, Out of the Money abgesichert, danach auch nahe oder näher bis ganz ans Geld. Okay, also, SQ, achso, haben wir ja hier, ne? Erst wird ganz weit aus dem Geld abgesichert und danach, wenn der Kurs weiterfällt, dann geht das, ratze die fatz, dann sichern die hier ab, sichern die hier ab und sichern die sogar am Geld ab, ne? Hauptsache nur abgesichert. Ja, weit aus dem Geld ist natürlich die implizite Wohler am höchsten. Wieso, weshalb, warum? Normalerweise würde man denken, hier am Geld ist sie am höchsten, sie ist aber hier am höchsten, also ganz weit außen. Ja, weil der Marketmaker muss das Fat-Tail-Risiko einpreisen. Hat man Teil 1, ne? Hier ist nochmal Video Teil 1, also ist kein Link. Also schaut euch das nochmal an, wenn ihr das erste nicht gesehen habt, von wegen, warum ist denn ganz weit außen die IV oder die implizite Wohler höher als jetzt hier am Geld? Das ist so die Wahrscheinlichkeit für höher, dass wir ins Geld laufen. Ja, mag ja alles sein. Aber irgendeiner muss ja die Kurse stellen, wenn mal so ein Fat-Tail, ne? Da hast du die Glockenkurve, ganz außen, Fat-Tail, auch in der Mitte immer mal was dazwischen. Immer so Striche, die außerhalb, die aus der Glockenkurve, aus dieser schönen, sauberen Kurve rausstechen. Haben wir hier ganz außen, kommen dann mal so Sachen wie Lehman, Corona, keine Ahnung, Bombefeld oder was auch immer. Und dann muss der Marketmaker das Risiko quasi übernehmen und euch Kurse stellen. Deswegen sind die im Verhältnis ganz weit außen die Kurse immer noch zu hoch gepreist, sage ich mal. 15, 10 Cent, 20, 30, 40, 50, je nach anderer Leihen halt. Ja, obwohl die vielleicht 0,01 Cent kosten müssten von der Wahrscheinlichkeit her, dass die überhaupt jemals getroffen wären. Aber dann kommt irgendwann so ein schwarzes Schwänchen angewommen und dann, ja. Deswegen muss der Marketmaker hier Preise stellen. Und was passiert, wenn er ganz weit außen Preise stellt? Du hast eine niedrige Liquidität. Was ist eine niedrige Liquidität? Geringer Handel, gleichbedeutend weite Spreads. Da muss man irgendwie von, sagen wir mal, von 5 auf 20 Cent geht. Da hast du da drin ja eine riesen Schwankungsbreite. Übersetzt Volatilität, übersetzt Nervosität oder im Preis Nervosität. Also ist die Wohleheit da am höchsten. So, besser kann ich es nicht erklären. Ja, na, hier steht es nochmal. Gut, jetzt kommen wir auch schon direkt zur Kernmessage des Videos. Wenn wir das Verhalten des Qs verstanden haben, können wir uns am Ende auch vorstellen, wieso folgende Regel so sinnvoll ist. Niedrige Volatilität, wir setzen enge Credit Spreads auf. Bull Put Spreads, Bear Call Spreads. Kleine Wohler, mit geringem Abstand Spreads aufsetzen. Hohe Wohler, großer Abstand Spread. Wieso, weshalb, warum, klären wir jetzt. Aber merkt euch das. Das, den könnt ihr euch ausschneiden übers Bett hängen. Da fahrt ihr immer mit am besten. So, niedrige Wohler, aufsetzen eines Credit Spreads, Putseiler. Das haben wir jetzt einfach mal Bull Put Spread genannt. So, die Kennzahl, um die es immer geht, hier ist das Vega. Wo ist denn eigentlich mein Stift? Ach, den habe ich da auch hier irgendwo. So, Vega. Und wie viel verändert sich die Optionspreis, wenn sich, oh, ein kleines, großes, kleines Problem. Wenn sich die Wohler im Anderlänge um einen Punkt oder einen Dollar oder einen Euro verändert. Also, nochmal merke, nochmal, hat man ja gerade, weit aus dem Geld wird der Skew als erstes Steiler. Oh, hier ist der Rechtschreibung, der um. Ja, muss ich nochmal die Optionen hier von meinem neuen PowerPoint reingehen, dass der das Kleinschreibt. Weit aus dem Geld ist die Wohler am stärksten. Also, wenn jetzt die Wohler steigt, weil der Kurs fällt von der Aktie, keine Ahnung, Wirecard, wird erstmal hier außen abgesichert. Hier, buh, 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 buh. Wohler steigt. So, jetzt haben wir hier, hier haben wir ein Short Put. Oh Gott, mit der Maus machen war schon immer ein Highlight. Hier haben wir ein Long Put. Ach so, das steht hier auch. Ich bin ja auch schön doof, ne? Hier ist Add the Money. Hier ist der Nullpunkt. So, was passiert jetzt? Er steigt hier als erstes. So, wir haben jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Delta 10, 50 Punkte drunter oder irgendwie sowas. Ich sage mal, 500 Risiko, können wir eingehen, 200%-Regel, 1000 Dollar Verlust, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ist auch egal. Also, kleineres Delta auf jeden Fall als hier. Ja. Wenn die Wohler steigt, verliert der Short Put, der verliert, wenn jetzt die Wohler steigt, mehr als der Long Gewinn. Ja, Bito, weshalb? Also, wir steigen erst hier, ne? Skew, so, sieht man das? Jetzt geht es innen, äh, außen, erst mal hoch. Also, nicht ganz so steil, wie ich jetzt hier meine Hand habe. Und dann hebt sich aber auch hier die Mitte, auch nach oben. Das heißt, wir gehen jetzt hier, wandern wir jetzt mit dem ganzen Konstrukt nach oben. Seht ihr gleich auf der nächsten Folie nochmal. Hier gehen wir hoch, hier gehen wir eigentlich überall hoch. Hier sind wir schon lang hochgegangen und dann fängt die ganze Kiste an, sich von der Mitte aus anzuheben. So, und was passiert jetzt? Wir sind ja mit dem Short Put näher am Geld. Hier, der Abstand ist ja kürzer, äh, ja, kürzer als der von dem Long Put. Das heißt, der hier über das Vega steigt, Delta sowieso, aber über das Vega hauptsächlich steigt der Optionspreis. Jetzt in dem Fall, weil ihr ja Short, Short Put, äh, einen Credit Spread gehandelt habt, ist das ja, dadurch, dass der Optionspreis steigt, ist das ja blöde, ne? Ist das ja gegen euch. Der hier gewinnt natürlich, aber wenn der hier hoch geht, jetzt hier, bup, 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 und der hier geht nur ein bisschen hoch. Na, weil er erst mal aus der Mitte, so, und dann dreht der Rest hinterher. Und weil er halt viel näher am Geld ist als der, verliert natürlich dieser Short mehr als der Long, als der hier gewinnt. So, das heißt, wir müssen doch den Long näher hier ranrücken und zum Beispiel, sagen wir mal, hier einen engen Spread machen, ne? Das sagen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter hier, die zwei schwarzen Striche. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir den hier hin machen. Weil jetzt verliert der zwar auch, aber lange nicht mehr so viel wie der. Und wenn es nicht zu viel wird, dann gewinnen wir halt trotzdem noch am Ende, ne? Dann haben wir unseren Zeitwertverfall und was da ja auch noch alle reinspielt. Und dann ist wieder alles schön. Also machen wir bei niedriger Rola, wenn wir das Risiko haben, dass jetzt die Aktie uns morgen um die Ohren fliegt, weil dann geht es erst, wie gesagt, hier hoch, dann geht es hier hoch, von der Mitte aus, wird dann das ganze Konstrukt nach oben gehoben, dann ist auch der Skew hier unten nicht mehr hier nahezu an der Nulllinie, sondern der ist hier. Also so, jeder, nee, das ist ja immer noch Nulllinie. Ach, er geht da halt nach oben und hängt dann hier mit dem Hintern hier drauf, ne? Sehen wir gleich nochmal. So, jetzt machen wir das ganze Ding nochmal andersrum. Das, was wir mal genauer sehen, da habe ich noch ein bisschen mehr reingemalt. So, jetzt sind wir wieder, ups, hier. Rola aufsetzen eines Great Spreads, ne? Da kennt es halt immer noch Wege, da hat sich nichts verändert. Das ist auch immer noch dasselbe. So, hier ist das Q vorher bei Niedriger. So, warte mal, jetzt wieder mein Stift. Tapserab. So, Nullpunkt. Na, hier, der Alte. So, wo ist er jetzt? Jetzt ist er hier. So. So, und was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir ja schon die hohe Rola. Na, wir haben schon die hohe Rola und haben das Ding jetzt aufgesetzt. Jetzt sind wir wieder weit, ne? Wir sagen wieder hier, keine Ahnung. Da haben wir Delta 10 und, ach, der Rostrad, mein Delta 13, ne? So ein bisschen Luft dazwischen haben. Wir sind hier hochgegangen, vielleicht ist er sogar, ich hab's aber auch mal, vielleicht ist er sogar noch steiler geworden außen an der Kante. Wir sind hier hochgegangen, ne? Von hier sind wir schon hier hochgewandert überall und hier hochgewandert. Was passiert denn jetzt? Was gehen wir denn jetzt auf? Wir haben ja schon eine hohe Rola. Die Aktie ist gefallen. So. IV gestiegen. Oh, schönen Rücksetzer. Jetzt bietet es sich ja vielleicht an, an irgendwelchen schadtechnischen Marken oder RSI-Überverkauf und, ne? Tausend Möglichkeiten, dass wir jetzt vielleicht mal so langsam eher an einen, oder nicht eher, wenn wir jetzt an einen Short denken, also an einen, an einen, an einen Short. Also an einen longseitig gerichteten Trade, Bull-Put-Spread. Dann geht, wir haben ja gerade gesagt, wir gehen erst außen hoch, dann gehen wir in der Mitte hoch. Was ist denn, wenn er jetzt wie wohl er fällt davon? Das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Dann ist doch das ganze Spiel genau andersrum. Jetzt fällt der hier runter. Hier fällt er runter, hier fällt er runter, hier fällt er runter. Dann irgendwann fängt er an, hier sich zusammenzuziehen, zu ziehen. Also, dass der hier wieder ein bisschen nach hier fällt. Dann geht er hier hin, dann geht er da hin. Dann wird er immer wieder flacher, sodass wir in diese Kurve kommen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Aber das ist jetzt erstmal egal, weil Fakt ist, teilweise bleibt er übrigens auch steiler, weil die Preise hier, das lohnt sich gar nicht mehr, die dann irgendwie noch zurückzukaufen, weil die eh schon relativ billig waren. Dann lassen die Leute die meisten stehen. Das heißt, beim Wohlerrückgang bleibt der Ski sogar ganz oft steiler stehen. Also nicht mehr so wie vor dem Crash, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn er hier runter geht, sieht der ganze Ski sogar noch steiler aus als vorher eigentlich, obwohl die Wohlerrückgang jetzt zurückgeht. Also er fällt auf jeden Fall hier mittig zuerst. Ja, dann haben wir doch, ach so, jetzt muss ich den wieder wegmachen, weil ich weiterdenken will. Weil er halt, so, hier haben wir es nochmal, hebt sich beim Crash als erstes, hebt sich beim Crash als letztes, nun besteht also Wohlerrückgang und senkt sich wieder als erstes. Also das, was ich eben gesagt habe, habe ich jetzt vergessen, hier weiter zu schalten. Jetzt gucke ich mal, was ich hier nach stehen habe. Message, ach so, jetzt haben wir, der Short gewinnt bei weitem Spread, also nun beim Rückgang. Der Wohlerr mehr als der Long gewinnt. Jetzt hätte ich das alles so erzählt, ich habe ja noch vorhin dazu gemacht, damit das nochmal schöner stehen hat. Durch Absinken des Wegers, das heißt, das Weger geht schneller zurück als das vom Long. Und wir wollen ja jetzt, dass es zurückgeht. Wir haben ja bei hoher Wohler aufgesetzt und was wollen wir? Die Wohlerr soll zurückgehen, am besten geht noch das Delta zurück. Der Zeitwert soll sowieso zurückgehen, sodass wir dann bei unseren 70, 80 Prozent das Ding dicht machen können. Und das ist das ganze Geheimnis, mal irgendwie halbwegs versucht, in sieben Minuten, in elf Minuten euch zu erklären. Da könnte ich natürlich auch sieben Stunden draus machen. Da haben wir alle möglichen Sachen. Wie gesagt, dann gibt es noch einen Commodity-Squeue, wo ich gesagt habe, dass das dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel Futures handeln wollt, dann sieht das Geheimnis genau andersrum. Dann geht der zum Beispiel eher so hier und geht jetzt hier hoch. Meistens sind die ja so ein bisschen symmetrischer, weil wie gesagt, was ist denn, wenn ihr jetzt hier Korn oder Weizen oder was weiß ich, Kakao kauft, da hast du ja eher Angst vor steigenden Preisen als vor fallenen. Nur mal so als kleine Zusatz-Message im Hintergrund, im Hinterkopf zu haben, bei Optionen auf Futures, speziell jetzt so Agrarmärkte und Kaffee-Futures, neue Frühstücksmärkte und wie die alle heißen, Gold und keine Ahnung, alles was halt irgendwo endlich ist. Aktien könnt ihr jederzeit neue entwickeln, auflegen von den Unternehmen. Das kann jederzeit neue Aktien ausgeben, wollte ich sagen. Ja, aber Rohstoffe sind vielleicht oft begrenzt. Dann kommt noch das Wetter dazu und so weiter. Aber jetzt haben wir schon wieder einen Exkurs gemacht. Also merkt euch einfach, dass der SKU hier für Equities ist. Equities, Eigenkapital, also Aktien, ETF, NECs an sich. Und bei Rohstoffen ist der SKU eher andersrum. Da wird auf der Oberseite mehr Risiko als auf der Onderseite. Gegen billige Preise habt ihr ja, da hat ja eigentlich keiner was. Natürlich auch nicht zu viel, weil dann sind die Produzenten wieder da, die sagen, oh, wir wollen ja was verdienen. Aber da ist auf jeden Fall mehr auf der Call-Seite, wird da abgesichert als auf der Put-Seite wie bei Aktien. So, das war aber jetzt nochmal ein kleiner Exkurs. Also einfach merken, weite Spreads. So, würden wir jetzt zum Beispiel übrigens, wenn wir jetzt hier nochmal gehen, wenn wir den jetzt hier nicht genommen hätten, würden wir den hier hin machen. So, was passiert denn jetzt, wenn die Wohler fällt? Die haben einen engen Spread. Also hier weiter Spread, der hier. Weit und kleiner, also enger Spread. Wenn jetzt hier die Wohler fällt, dauert das natürlich viel länger, weil von dem die, ja nicht ganz so, also der gewinnt nicht so schnell wie der Long Put. Ja, ne, hier ist es halt extremer. Wir gehen in der Mitte runter, zack, 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 zack. Hier fallen wir schneller runter. Also gewinnt hier der Short. Also einfach merken, breite Spreads, äh, hohe Wohler, breite Spreads, äh, tiefe Wohler, enge Spreads. Ja, ne, machen wir vielleicht nochmal irgendwann mal einen Kurs aus Zypern, wenn das nur einer ganz genau wissen will. Aber solche Sachen muss man halt einfach wissen. Dann weiß man auch, ah, okay, das muss man so aufsetzen, blablabla. Und dann setzt sich irgendwann das Puzzletchen zusammen. Ich muss gucken, ob die Kroatin hier, wenn es reinkommt, nicht mitten ins Video reingestuchzt kommt, weil es ist ja alles hier so ein bisschen, ähm, ja, soll man sagen, verschärfte Bedingungen noch aktuell auf den letzten Metern. Ich hoffe, Freunde, ihr habt das verstanden. Ich konnte es aber jetzt auch nicht besser rüberbringen. Ich bin auch ein bisschen querchengekopp, das habt ihr wahrscheinlich beim Reden schon gemerkt. Ich habe es versucht. Ich denke mal, die meisten haben das jetzt einigermaßen verstanden und es ist angekommen. Wie gesagt, ich probe ja hier die Videos nicht nur drei Tage vorher. Ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich würde euch, ach, obligatorisch, natürlich mal wieder mein Bildchen verwischt. Das kennen wir ja mittlerweile. Na, ist jetzt auch egal. Wir sehen uns auf jeden Fall aus Zypern wieder. Na, hier wohne ich übrigens, für alle, die es mal wissen wollen, in Norden, Osten, Süden, Westen. Also hier so südwestlich bei Polis. Hier irgendwo ist unser Flughafen. Hier geht die Teilung durch. Hier hinten ist türkischer Teil. Hier sind die schönsten Strände. Das ist ein bisschen Karibik-Style. Wir haben uns hierhin gemacht, so ein bisschen in die Berge und hier unten ist das alles mehr, was weiß ist. Aber ein bisschen unsere Ruhe und das ist noch ein bisschen schöner und ein bisschen günstiger, finde ich persönlich. Mal gucken, wenn ich da nicht zurechtkomme, gehen wir ein bisschen weiter in Richtung City. Wollen wir mal schauen. Auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt hier meine Anlage abbauen. Ja, so groß ist es ja nicht. Zwei Monitoren, Laptop, meine neue Kamera und mein Mikro. Und dann geht es über morgen Nacht, morgen noch einen Tag nochmal, klar Schiff machen, Hausübergabe, alles Mögliche. Und dann geht es los. Dann werde ich zusehen, dass wir so schnell wie möglich Internet kriegen oder besseres Internet, weil mit 20 Inbit komme ich da nicht so weit, ich weiß auch nicht, wie stabil die da sind. Ich warte dann erstmal auf meine, also eine 80er-Leitung oder was wir jetzt da machen wollen. Also Glasfaser habe ich da leider nicht in der Ecke oder irgendwie was. Am Strand habe ich ein Gigabit knapp oder so zwischen 800 und 1000, aber leider am Haus viel weniger. Na gut, so ist es. Zum Arbeiten wird es reichen. Ansonsten gehe ich mit euch mit dem Laptop ans Strand. Da werde ich bestimmt mal auch mal das ein oder andere Video dann machen, um euch ein bisschen super näher zu bringen oder mal das schöne Wetter zu zeigen, wenn ihr ab in Deutschland im Regen sitzt. Ja, wir gucken mal, wie wir uns machen. So, ich wünsche euch alles Gute, Freunde. Wir sehen uns ja in, weiß ich nicht, zwei Wochen vielleicht oder drei, je nachdem, wie schnell meine Sachen funktionieren. Da muss mir noch irgendwas einfallen. Ich muss erstmal klar das Schiff machen, da unten, dass ich klarkomme. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da. Anregungen, Wünsche, gerne unten in die Kommentare. Und dann sage ich jetzt erstmal, ja, euch viel Spaß weiter in Deutschland. Mir viel Spaß in Zypern. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.